Bisschen weit, aber nah geht an. Oh! Moin! Achja, das dürfte das, ja. Okay. Das ist noch nicht vorbei, komm doch. Habe? Das ist noch nicht vorbei. Ja, okay. Den letzten nimmt er jetzt nicht mehr mit? Oh! Oh! Der Schügel angesetzt, weil er da oben so lange rumzieht. Ja. Oh Leute, den rechten habe ich nie gesehen übrigens. Ah! Wee! Fünf kürzen, zwei und zwei. Oh! Kürzen! Schaut! Lach! Oh! 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 da hätte ich ja nicht mehr sehen vorher hatte das nicht 9 1 6 9 Ah 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Super Wer is dein blender da ? I don't 1 Oh 3 1 1 gut wie auch immer du lebst Schottie Papa Schottie Bisschen Davon überzeugt Da gab's nochmal was besseres noch Freunde der Sonne Da gab's nochmal was besseres noch Freunde der Sonne Schottie 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 Dichtum eingeladen Oh bestes Spiel vom Papa Ja Zeig das Ok Ja Ja Schottie Schottie Ja 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 ų Schott Schott kugel reinläuft aber du hast das gewehr eben so gehalten in der ersten matros los wie ich mir vorstellen ich würde das halt so halten wie eine bratwurst im stadion wie so ein regenschirm halten hast du vor Augen wie meine bratwurst wieder geschirmen ganzen money so links links das bier und rechts in der hand aber die regenschirm und oben ist ein bisschen senf drauf